Hallo und willkommen beim Astral Tutorial. Heute geht es um Trigger. Das sind kleine Schalter, die wir auf der Karte platzieren können und mit denen können wir dann als Spielleiter oder aber auch als Spieler, je nachdem wie die eingestellt sind, auf Knopfdruck aus dem Spiel heraus Objekte auf der Karte manipulieren. Ich zeige euch heute wie das Ganze funktioniert und gebe auch gleich ein paar Anwendungsbeispiele mit dazu. Gut, dann legen wir gleich mal los. Fangen wir mit etwas ganz Einfachem an. Sagen wir mal hier in der Mitte des Raumes unter der runden Steinplatte, da wäre ein Schatz verborgen. Den fügen wir jetzt mal hinzu. Ich habe da natürlich schon etwas vorbereitet. Da haben wir einen schönen Goldhaufen hier. Wunderbar. Den sehen wir hier auch in der Lehrliste. Der Goldpeil. Der ist noch ein bisschen groß. Wir machen den nochmal ein ganzes Stück kleiner. So. So. Und jetzt habe ich den kopiert. Falsche Taste, Entschuldigung. Und jetzt nehmen wir den und schieben den natürlich in die Mitte hinein. So. Und da die Spieler den ja nicht sehen können, wenn die das erste Mal in den Raum reinkommen, da blenden wir den natürlich aus. Hier mit Height Layer. Weg ist er. Okay. Jetzt möchten wir dann, wenn die Spieler den Schatz finden, nicht nochmal extra in den Map Editor rein müssen. Deswegen benutzen wir zum Anzeigen einen Trigger. Einen neuen Trigger im Map Editor können wir hier oben erstellen über den Button Add Trigger. Das mache ich mal. Und da ist er auch schon. Den kann ich jetzt platzieren auf der Karte, wo ich möchte. Ich packe ihn gleich mal ins Eck. Den kann ich dann auch hier unten. Das sieht man ja schon. Auch nochmal in der Größe ändern. Etc. Wenn der angewählt ist. Und so weiter und so fort. Das übliche wie bei Bildern auch. So. Jetzt muss ich den natürlich noch einstellen. Was überhaupt passieren soll, wenn der angewählt wird. Und das geht, wenn der angewählt ist. Hier unten über den Button hier. Das Zahnrädchen. Die Trigger Settings. Da sind wir auch schon. Und zuerst mal verpasse ich dem einen anderen Namen. Schatzanzeigen. So. Den kann ich auch optisch noch ein wenig anpassen. Hier oben. Da kann ich nochmal die Farbe einstellen. Nehmen wir einfach mal so ein Blau hier. Und auch das Symbol hier in der Mitte des Triggers. Das kann ich auch nochmal einstellen. Da gibt es hier oben links bei Trigger Icon ein paar zur Auswahl. Und für einen Schatz. Da lohnt sich natürlich auch die Schatzkiste hier. So. Als nächstes muss ich natürlich einstellen, was passieren soll, wenn der Trigger betätigt wird. Und ich habe ja gesagt, mit einem Trigger können wir Objekte manipulieren. Und Objekte sind ja im MapEditor nichts anderes als Ebenen. Deswegen gibt es diesen Button hier, Add Layer Action, also Ebenenaktion hinzufügen. Und da klicke ich mal drauf. Und hier in der Liste, da suche ich mir jetzt erstmal die Ebene aus, die ich überhaupt manipulieren möchte. Das ist unser Gold Pile hier. Den wähle ich also aus und dann öffnet sich hier dieses Zusatzfensterchen und diese Einstellungen kennen wir ja schon. Das erkennen wir schon vom MapEditor. Hier können wir ein paar Sachen ändern. Und alles, was ich hier an dieser Stelle ändere, das passiert genau dann in diesem Augenblick, wenn ich nachher im Spiel den Trigger betätige. Wir sehen, hier aktuell wird der Layer ausgeblendet. Das sehen wir hier an dem Button. Und ich möchte ja, dass er eingeblendet wird. Also aktiviere ich das hier, damit er wieder sichtbar ist. Und alles, was ich hier in dem Fensterchen jetzt in diesem Augenblick mache, das wird hier auch nochmal direkt auf der Karte als Vorschau angezeigt, damit wir wissen, was passiert, wenn der Trigger auch geklickt wird. So, damit bin ich dann schon fertig. Ich sage Save Trigger. Gehe aus dem MapEditor raus. So, jetzt kommen unsere Spieler hier hin. Ich klicke hier auf den Trigger drauf. Die haben den Schatz gefunden. Da werde ich nochmal gefragt, soll der Trigger wirklich aktiviert werden? Ich sage Ja. Und dann taucht er hier auf der Karte auf. So, jetzt sagen wir mal, der Goldschatz ist noch nicht genug. Wir wollen noch eine Schatzkiste dazu haben. Die fügen wir auch mal hinzu auf der Karte. Da habe ich natürlich auch schon was. So, da haben wir eine schöne Schatztruhe. Die fügen wir mal hinzu. Und die ist auch noch ein bisschen groß. Die machen wir nochmal ein ganzes Stück kleiner. So, da passt die gut hin. Wir verstecken wieder beides. Also Schatzkiste und auch den Goldhaufen. Blenden die wieder aus. Den Goldhaufen auch. So, wir gehen wieder in unsere Trigger-Settings rein. Wählen also zuerst den Trigger-Schatzanzeigen an. Gehen dann hier in die Settings rein. Und jetzt wird ja aktuell nur der eine Layer, also der Goldhaufen, wieder angezeigt. Wir wollen eine zweite Aktion hinzufügen. Das machen wir wieder über den Button Add Layer Action. Hier suche ich mir dann für die zweite Aktion den nächsten Layer aus. Das ist hier die Schatztruhe, die Chest. Und auch hier kann ich jetzt wieder Einstellungen tätigen. Auch hier nehme ich natürlich wieder den Button Show Layer. Der soll ja angezeigt werden. Wir sehen es in der Vorschau auf der Karte. Da wird dann die Kiste auch wieder angezeigt. So, ich gehe auf Save Trigger. Aus dem Map-Editor raus. Und wenn ich jetzt den Trigger betätige, werde ich wieder gefragt. Ich sage ja. Und beides taucht auf. Jetzt muss ich das auch nicht mit jedem einzelnen Layer machen. Ich kann ja auch Layer gruppieren. Und mit Triggern können wir auch gruppierte Layer ansprechen. Also ich zeige es mal. Wir gehen in den Map-Editor rein. Und jetzt wählen wir mal die Kiste aus. Und auch den Goldhaufen. Und gruppieren hier oben den Layer. Das kennen wir ja schon. Dann haben wir hier unsere neue Gruppe. Die benennen wir auch mal um. In Goldschatz. So. Und hier unten dann können wir die auch wieder ausblenden. Das machen wir. Und dann gehen wir wieder in unseren Trigger rein. In die Settings. Und jetzt gleich mal als Info. Wenn ich hier eine Aktion löschen möchte. Klicke ich einfach neben der Aktion hier auf diesen Mülleimer. Und dann wird die gelöscht. Und wenn ich alle Aktionen für den Trigger löschen möchte. Benutze ich hier unten diesen Button hier. Da muss ich dann nochmal bestätigen. Reset Trigger. Und dann werden alle Aktionen für den Trigger gelöscht. Gut. Dann fügen wir mal eine neue Layer-Aktion hinzu. Und jetzt wählen wir natürlich nicht einen einzelnen Layer aus. Sondern hier unseren kopierten Layer. Den Goldschatz. Da ist der auch schon. Und wir wollen, dass der eingeblendet wird. Deswegen aktivieren wir den Button hier wieder. Dann Save Trigger. Gehen hier raus aus dem Appetitor. Und auch hier, wenn ich jetzt den Trigger anwähle. Werde ich gefragt. Und da taucht die kopierte Ebene auf. Und beides wird angezeigt. So. Ich möchte euch noch ein paar Einstellungen zeigen. Die wir mit dem Trigger machen können. Da gehe ich wieder in die Settings rein. Und zwar die hier oben. Aktuell, und das ist Standard, steht das auf Only GM Activates. Und das bedeutet, auf der Karte kann nur der Spielleiter den Trigger sehen und aktivieren. Und wenn er ihn aktiviert, kommt nochmal eine Abfrage, ob das auch wirklich passieren soll. Haben wir ja gesehen. Da gibt es dann noch die Einstellungen hier, GM No Prompt. Auch da kann nur der Spielleiter den Trigger sehen und aktivieren. Wenn er das dann aber macht, kommt keine Abfrage mehr. Die Trigger-Aktion wird sofort ausgeführt. So, dann gibt es noch die Einstellungen Players Prompt GM. Das bedeutet, die Spieler können den Trigger sehen und können ihn auch aktivieren, also benutzen. Wenn sie ihn benutzen, dann bekommt der Spielleiter nochmal eine Abfrage, ob der Trigger wirklich betätigt werden soll, also ausgeführt werden soll. Dann gibt es hier die Option Anyone Can Activate. Und das bedeutet, alle Spieler können den Trigger sehen und aktivieren. Und derjenige Spieler, der den Trigger aktiviert, der bekommt dann die Abfrage, ob das wirklich passieren soll, also ob der Trigger wirklich aktiviert werden soll. Der Spielleiter selbst bekommt aber keine Abfrage mehr. Schlussendlich gibt es dann noch die Option Anyone No Prompt und da kann auch wieder jeder Spieler den Trigger sehen und aktivieren. Und wenn das passiert, dann kommt keine Abfrage, weder beim Spieler noch beim Spielleiter, dann wird die Aktion sofort ausgeführt. Ich habe mal wieder alles gelöscht und stattdessen diese Tür hier eingefügt und die besteht aus zwei Teilen. Das sehen wir auch in der Ebenenliste hier, der Nordhälfte der Tür und der Südhälfte der Tür. Und wir möchten mit einem Trigger jetzt erreichen, dass die Nordhälfte der Tür aufgeht. Wir könnten selbstverständlich auch gleich beide Türhälften aufmachen, aber weil ich faul und bequem bin, machen wir jetzt mal nur die Nordhälfte. So, wir erstellen also einen neuen Trigger, den platziere ich hier einfach mal, gehe dann direkt in die Trigger-Einstellungen. Eine neue Layer-Aktion, bitte schön, danke. Und dann füge ich hier Tür Nord hinzu. Und jetzt sehen wir ja schon, jetzt müssen wir ja nicht nur ein Element des Objekts hier manipulieren, sondern mehrere. Wir müssen hier einmal die Rotation richtig einstellen, die Tür muss ja gedreht werden, wenn sie aufgeht. Und dann müssen wir auch die X- und Y-Koordinaten hier nochmal festlegen. Damit die Tür am Ende auch an der richtigen Position ist. So, damit könnten wir es hier mit den Zahlen herumspielen, das wäre allerdings ziemlich mühselig. Stattdessen können wir das auch direkt auf der Karte machen. Also, die Tür ist ausgewählt. Und jetzt drehe ich die einfach in die richtige Position. So, und dann verschiebe ich sie noch an die richtige Stelle, damit sie auf ist. So. Und hier in dem Fensterchen, das sehen wir jetzt schon, wenn wir die Zahlen vergleichen, da wurden die Werte richtig eingetragen, richtig angepasst. Also ich muss nichts mehr machen. Ich gehe auf Save Trigger und gehe aus dem Map-Editor raus. Und wenn ich jetzt hier meinen Trigger betätige, sage Activate, dann ist die Tür auch schon auf. Wunderbar. Jetzt könnten wir natürlich auch noch einen zweiten Trigger hinzumachen, der die Tür wieder schließt. Aber auch dafür bin ich jetzt einfach zu faul. Jetzt werden wir mal ein bisschen tricksen. Wir sehen, wir haben hier zwei Grafiken von so einer Laterne. Hier Lamp Light Off und Lamp Light On. Klar, Lamp Light On, das ist hier die linke, da ist das Licht eingeschaltet, also die Laterne brennt. Das sieht man an dem Lichtschein hier drumherum. Und die rechte Grafik, da brennt die Laterne nicht. Und wir wollen jetzt erreichen, dass wir nur noch eine einzige Laterne haben, also nicht mehr zwei Stück. Und dass wir die zumindest in Anführungszeichen mit einem einzigen Schalter an- und ausschalten können. Wie gesagt, da werden wir mal ein bisschen tricksen. Gut, wir werden erstmal zwei neue Schalter erstellen. Hier der erste. Und den nenne ich mal hier Schalter an. Und den mache ich dann mal grün, würde ich sagen. Hier das vielleicht. Ja, das passt ganz gut. Save. Und dann mache ich noch einen zweiten Schalter. Den setze ich daneben. Und den werde ich nennen Schalter aus. Und den machen wir mal, ja, so rot. Okay, jetzt ist es wichtig, wenn wir mit Triggern arbeiten und Layer verstecken wollen oder anzeigen möchten, dann müssen wir, bevor wir den Trigger einstellen, auch die richtige Ausgangslage herstellen. Das bedeutet, wir wollen jetzt hier erst den Schalter konfigurieren für Licht an. Und das bedeutet ja, wenn ich das Licht einschalte, dann soll hier dieser Layer verschwinden und dieser dargestellt werden. Am Anfang ist der also da mit der Lampe, die aus ist und die andere wird noch nicht angezeigt. Deswegen nehme ich diesen Layer hier und verstecke den. So. Jetzt gehe ich in die Schaltereinstellungen rein und sage neue Layer-Aktion. So. Und das Lampe Light Off soll dann ausgeblendet werden. Und eine zweite Aktion kommt noch dazu. Lampe Light On soll eingeschaltet werden. So. Save. Gehen mal raus. Wir machen vielleicht nochmal ganz kurz den Prompt aus, die Bestätigung. Das ist praktischer. Okay. Und ich klicke da drauf und wir sehen, das hat geklappt. Wir konfigurieren noch den anderen Schalter. Jetzt haben wir die richtige Ausgangslage. Das Licht ist an. Erst dann können wir es auch ausschalten. Also ich gehe hier wieder rein, nehme meinen Schalter aus, die Trigger-Einstellungen. Gehe hier gleich nochmal auf No Prompt. Mache dann eine neue Aktion dazu. Und da haben wir natürlich, dass Lampe Light On ausgeblendet wird. Und eine neue Aktion, Lampe Light Off soll eingeblendet werden. So. Speichern. So. Und jetzt können wir das mal ausprobieren. Also an ist die schon. Dann sagen wir mal aus. Klappt wunderbar. An, aus, an, aus. So. Und jetzt kommt der erste Trick. Ich blende mal kurz die Lampe Light Off wieder ein. Und die lege ich jetzt einfach direkt übereinander. Und das kann ich jetzt natürlich hier per Hand machen. Dann wird das aber eventuell nicht so genau. Das Gute ist ja, die Grafiken sind gleich groß. Deswegen will ich mal die an. Gucke mir hier die Koordinaten an. 6, 96, 4, 0, 9. Und das werde ich jetzt bei der anderen auch ändern. Halt. So. 6, 96. 4, 0, 9. Enter. Und wir sehen das jetzt. Die liegen jetzt ganz genau übereinander. Die zwei Laternen. Man kann das nicht sehen. Weil sie eben übereinander liegen. Halt. Jetzt muss ich noch die Lampe Light Off natürlich wieder ausstellen. Verstecken. So. Gut. Und jetzt können wir das nämlich machen. Ich mache das Licht aus. An. Aus. An. Aus. An. Und wir sehen das funktioniert wunderbar. Jetzt habe ich aber gesagt. Wir wollen das ja auch nur mit einem einzigen Schalter machen. Oder zumindest quasi mit einem einzigen Schalter. Und da verfahren wir es eben ganz genauso. So. Aktuell ist das Licht an. Also wir gehen in die Schaltereinstellungen raus. Äh rein. Und dann sollte ja, wenn das Licht an ist, dieser Schalter hier angezeigt werden. Das bedeutet, den hier müssen wir erstmal verstecken. Jetzt gehen wir auf den anderen Schalter. Den Ausschalter. Und wenn der erst geklickt wird. Ich mache die Aktion hier mal kleiner, damit wir mehr Übersicht haben. Wenn der erst angeklickt wird. Dann wollen wir natürlich, dass der Schalter aus. Hier ausgeblendet wird. Und dass der Schalter ein. Angezeigt wird. So. Safe. Wir probieren das aus. Und wir sehen, das klappt wunderbar. Jetzt konfigurieren wir noch den anderen Trigger hier. Diesen hier. Und wenn der geklickt wird. Fügen wir eine neue Aktion hinzu. Dann soll der selbst natürlich hier ausgeblendet werden. Und noch eine Aktion. Der andere Schalter zum Ausschalten. Der soll angezeigt werden. So. Auch das speichere ich. Und jetzt können wir das ausprobieren. An. Aus. An. Aus. So. Jetzt lege ich auch diese zwei Trigger hier wieder übereinander. Das ist ja ganz easy. Den Schalter ausblende ich kurz ein. Und das mache ich jetzt mal per Hand. Nicht mit Koordinaten. So. Ich verstecke ihn wieder. Und jetzt haben wir alles fertig. Da ist unsere Lampe. Da ist unser Schalter. Jetzt klicken wir hier drauf. Er geht an. Also das Licht geht an. Die Laterne geht an. Und hier ist der quasi einzige Schalter. Es ist natürlich ein zweiter. Aber die liegen übereinander. Der andere wird ausgeblendet. Und so kann ich jetzt hier schön mit einem quasi Schalter hin und her schalten. Wir können mit den Triggern nicht nur unsere Karte manipulieren. Wir können damit auch richtig schöne Spieloberflächen für unsere Spieler bauen. Und wenn wir möchten diese sogar interaktiv gestalten. Ich habe hier ein kleines Beispiel. Ein kleines Video. Ich darf das verwenden. Das ist nämlich nicht von mir. Den Namen blende ich auch nochmal unten ein. Und wir schauen da einfach mal rein. Da geht es dann auch schon los. Und normalerweise hat das Video hier auch Musik. Die habe ich mal ausgeschaltet. Wegen YouTube und so. Aber wir sehen hier sehr schön, wie er hier diese Hologramme eingebunden hat. Sind wahrscheinlich animierte Grafiken. Und hier diese Bilder, die man einblenden kann. Das steuert hier in diesem Fall jetzt alles der Spielleiter selbst. Aber natürlich könnte man das auch so gestalten, dass die Spieler das interaktiv bedienen können. Das wäre ja ganz passend. So, hier haben wir noch ein paar andere Einblendungen. Wahrscheinlich irgendwelche Figuren. Und wir sehen einfach, was da alles möglich ist, wenn wir mal um die Ecke denken und ein bisschen kreativ werden. Jetzt kommt noch etwas sehr schönes. Wenn das Abenteuer beginnt, wird das hier ganz stylisch für die Spieler begonnen. Tatsächlich mit einem kleinen Video. Hier sehen wir den Raumsprung quasi, wie es losgeht auf einen anderen Planeten. Und wie wir übrigens Videos auf der Karte direkt einblenden können, das zeige ich euch das nächste Mal. Soviel dann erstmal zu den Triggern. Die sollen in Zukunft wahrscheinlich noch weiter ausgebaut und erweitert werden. Damit wir damit zum Beispiel auch Charaktere ansprechen können. Damit wir diese Ein- und Auszustände besser handeln können. Etc, etc, etc. Also es wird noch ein wenig was kommen, was diese Trigger angeht. Gut, ich hoffe, das Video hat euch aber gefallen. Und wie immer wünsche ich euch dann viel Spaß beim Ausprobieren. Sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.